Jetzt am Telefon verbunden mit einem ausgewiesenen Experten, nämlich Professor Gerhard Gerlich von der Technischen Universität in Braunschweig. Grüße Sie, Herr Professor Gerlich. Guten Morgen, Herr Wisniewski. Grüße Sie, Herr Professor. Eine Bitte hätte ich vorweg. Könnten Sie mir ein bisschen was über Ihren Tätigkeitsbereich sagen? Ja, ich bin Universitätsprofessor für das Fach Theoretische Physik in Forschung und Lehre seit 1978 an der TU Braunschweig. Und Theoretische Physik ist eben der Bereich der Naturbeschreibung, der eben mit mathematischen Mitteln und Methoden und Verfahren eben versucht, die Natur zu beschreiben. Wo ist denn da jetzt eigentlich so die Verbindung zu dieser sogenannten Klimaforschung mit der Theoretischen Physik? Klimaforschung muss man unterscheiden zwischen der klassischen Klimatologie, die ist jetzt also nicht gemeint, sondern es ist die moderne Klimalklimatologie, die gar keine Wissenschaft ist. Und die aber in Wirklichkeit behauptet, mit gewissen Modellrechnungen und mit Computersimulationen irgendwie das Wetter oder das Klima vorauszurechnen. Und diese sind ganz klar theoretische Modellrechnungen. Und das ist eigentlich der Job der Theoretischen Physik. Die Theoretischen Physiker sind aber in diesem Bereich überhaupt nicht tätig, sodass man sagen kann, dass nur fachfremde Leute Computersimulationen da machen. Das heißt, man braucht also diese theoretische Physik für das, was uns hier alle umtreibt, nämlich diese berühmten Klimamodelle. Insofern sind Sie ja genau der richtige Experte, mit dem wir jetzt hier reden. Ja, und ich kann dazu sagen, auch gleich die Kritik an diesen Klimamodellen, dass die nicht nachvollziehbare Aussagen machen und die nicht mal Fachkollegen überprüfen können. Und sowas nennt man normalerweise keine wissenschaftlichen Aussagen. Deshalb bestreite ich auch, dass es sich um eine ordentliche Wissenschaft handelt, die besser ist als die Astrologie oder zum Beispiel das Kappelsatzlesen. Sie sind ja auch so ein bisschen prominent geworden, unter anderem als Kritiker dieser offiziellen Klimakatastrophenversion. Was gefällt Ihnen daran eigentlich nicht? Dass es eine professionelle Lüge ist. Inwiefern? Ja, jedem naturwissenschaftlich Ausgebildeten muss es klar sein, dass es diesen Treibhauseffekt, diesen atmosphärischen Treibhauseffekt nicht gibt. Und trotzdem wird da eine Klimakatastrophe abgeleitet, indem man eine Beziehung herstellt zwischen dem Kohlendioxidgehalt der Luft und der mittleren Erdtemperatur, die man weder messen noch berechnen kann. Und auch der Kohlendioxidgehalt der Luft ist so klein, dass er auf die messbaren thermodynamischen Eigenschaften eines Gasbereiches keine Auswirkungen hat. Man kann es also alles nie messen. Und der ganze Treibhauseffekt beruht auf schlechten Rechnungen, die nicht mit Messungen abgedeckt sind. Jetzt wird ja hier immer mit einer mittleren Erdtemperatur gearbeitet, so als könnte man diese mittlere Erdtemperatur feststellen. Diese mittlere Erdtemperatur ist ja sozusagen schon die Voraussetzung für alles Weitere. Wie kommt die eigentlich zustande und wird die eigentlich überhaupt seriös ermittelt? Ja, das ist meine Hauptkritik. Da 70 Prozent der Erdoberfläche sind die Ozeane. Und auf denen gibt es ganz wenige Wetterstationen gewisserweise. Auf dem Land, da gibt es eben auch Wetterstationen. Und das Gitter ist so groß, dass man da keine vernünftigen Mittelwerte eigentlich bestimmen kann. Und deshalb ist diese Mittelwertstemperatur, auch aus physikalischen Gründen ist es eigentlich keine echte Temperatur, die irgendeinen Aussagewert hat. Und man kann das auch erkennen, wenn man einen Wetterbericht hat, dann sieht man lauter verschiedene Temperaturen, sogar in Deutschland. Und keineswegs irgendeine Mittelwertstemperatur, die nämlich völlig aussagelos ist. Sie meinen, das Messraster für diese sogenannte Mitteltemperatur der Erde ist viel zu grob? Es ist viel zu groß überhaupt für vernünftige Aussagen und für die Modellrechnung ist es völlig ungeeignet, weil man da ganz kleinräumiges Raster braucht, was überhaupt nicht realisiert werden kann. Das würde ja bedeuten, dass man sich schon bei dieser Erdmitteltemperatur oder bei dieser Erddurchschnittstemperatur im Bereich der Fantasie bewegt. Das ist auch meine Aussage. Jeder kann das auch kontrollieren. Das Druck, Hochdruck, Windgeschwindigkeit, alles Mögliche, ist viel wichtiger für eine Wettervoraussage, die ja auch normalerweise nur kurzfristig und lokal einen Sinn hat. Und diese globalen, das sind eben ausgedachte Zahlen, überhaupt keine Bedeutung haben. Jetzt eine Frage. Diese sogenannte Klimaforschung und die ganzen Prognosen in Sachen Klimakatastrophe arbeiten doch immer mit diesem Modell des Treibhauses oder des Treibhauseffekts. Was ist denn zu diesem Modell zu sagen? Man muss unterscheiden zwischen dem normalen Treibhauseffekt, der auch Glashauseffekt heißt, dass man zum Beispiel in einem Auto, das in der Sonne steht, im Sommer, dass da, wenn man das mehrere Stunden in der Sonne hat, stehen lassen und man kommt dann dazu und dann ist es im Inneren des Autos ganz heiß. Und dieser Effekt wird üblicherweise falsch erklärt, indem man da behauptet, das liege an den Absorptionseigenschaften der Scheiben und in Wirklichkeit ist es nur die unterdrückte Konvektion beziehungsweise die unterdrückte Luftkühlung, die man außerhalb des Autos hat. Also der Effekt ist also so zu erklären, dass man innerhalb des Autos höhere Temperatur hat als außerhalb des Autos. Das ist also dieser Effekt. Der atmosphärische Kohlen-Dioxid-Treibhauseffekt wurde ursprünglich erklärt, dass er etwas Ähnliches ist wie in einem Auto und dieses ist eben eine bewusste Lüge und die einfach falsch ist. Habe ich das richtig verstanden? Das Treibhaus funktioniert nicht so, dass es die Wärmestrahlung in erster Linie festhält, sondern dass es die Luft festhält. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Das ist das normale Treibhaus. Außerhalb des Autos ist das nicht gegeben, bei der normalen Betrachtung. Wenn ich mir die Atmosphäre angucke, da gibt es keine solche eingesperrte Luft. Das würde also heißen, die Erde kann deshalb kein Treibhaus sein, weil sozusagen immer von den Themaforschungen, die da lautet, je mehr CO2 wir in der Atmosphäre haben, umso wärmer wird es. Was sagen Sie dazu? Im Prinzip, wenn man physikalische Gesetzmäßigkeiten benutzt, ist wahrscheinlich der Effekt sogar umgekehrt. Und das ist nicht nur von mir aus gesagt, sondern es gibt berühmte Kollegen, die das Gleiche sagen. Und wenn man jetzt etwas mehr CO2 hätte in der Atmosphäre, würde das nichts ausmachen? Ja, das würde sogar den Pflanzenwuchs verbessern. Jetzt wird ja immer so ein bisschen behauptet, Menschen, die beispielsweise wie Sie dieser ganzen Klimakatastrophe skeptisch gegenüberstehen, sind im Grunde genommen so etwas wie Umweltfeinde. Was sagen Sie dazu? Ja, dagegen habe ich mich immer schon gewehrt, weil ich mich um die Umwelt schon gekümmert hatte, als keiner davon öffentlich redete. Jetzt gibt es ja häufig noch einen Vorwurf an solche Klimakritiker wie Sie, aber vielleicht auch an mich, nämlich der, wir seien wahrscheinlich von der Ölindustrie gekauft. Was sagen Sie dazu? Ja, das bedauere ich sehr stark, denn ich warte die ganze Zeit auf diese Millionen, die ich da bekommen soll. Und leider ist das eher ein Zusatzgeschäft und man musste diese Diskussion eben neben seinem Beruf durchführen, einfach weil diese ganze Klimadiskussion, das ist so etwas wie Kaffeesatzlesen, das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Wenn man Ihnen jetzt so zuhört, Herr Professor Gerlich, dann hat man ja das Gefühl, diese ganze Klimakatastrophe könnte so eine Art Phantom sein. Ist das richtig? Es ist ein Mittel, den ärmeren Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, dass dann die Spekulanten und die Großfirmen, also die Energiefirmen, dann abkassieren können, ohne dass man sie kritisieren darf. Ja, weil wir gerade von der Industrie auch reden, was ich nicht verstehe, wie ist das überhaupt mit der Automobilindustrie? Also hier wird ja eigentlich deren zentrales Produkt so ein bisschen verteufelt als ein Klimakiller und diese Industrie lässt sich das ja mehr oder weniger einfach so gefallen. Wie erklären Sie sich das? Das ist das, was mich am meisten stört an dieser ganzen Diskussion. Als ich einstieg, das war 1995, in dieser Klimadiskussion, da war jedem klar, dass das alles Unsinn ist. Und da waren auch Vertreter der Automobilindustrie da und die haben sich also öffentlich sehr stark zurückgehalten. Und ich hatte dann auch Bekannte darunter und fragte sie, nein, wir wollen damit nichts zu tun haben. Und ich fragte mich immer, wieso sind die nicht klar auf der Seite der Kritiker? Aber das ist ganz einfach. Aber plötzlich können sie nämlich Gründe finden, dass man die alten Autos verschrottet und dass man lauter neue Autos kauft. Und die haben ja erkannt, dass es ein sehr gutes Geschäft ist, wenn man ohne echte technische Neuerungen neue Autos verkaufen kann. Das heißt, das wäre so eine Art künstliches Verfallsdatum für Automobile, diese ganze Klimadiskussion? Genau. Jetzt eine Frage, Herr Professor Gerlich. Was glauben Sie, wie wird diese Klimadiskussion weitergehen? Wie ist so Ihre Prognose? Wie wird das mit dieser Hysterie weitergehen? Das Hauptproblem, was ich sehe, ist, dass es ja ein politisches Mittel ist. Und zwar, um die Individualrechte der Leute einzuschränken. Man sagt, ja, die große Klimakatastrophe, da müssen wir alles investieren in diesen Bereich. Dann werden dadurch die Kriege, die stattfinden, werden verniedlicht. Die sind gar nicht so wichtig wie die größte Katastrophe, die mit der der Menschheit jetzt zu tun haben wird. Und auf die Weise kommt es so, dass wir eben erhöhte Benzinpreise zahlen müssen und die letzten Endes immer wieder die einzelnen Personen trifft. Und das ist eben diese Tendenz, die Individualrechte einfach einzuschränken. Und wenn wir da politisch nicht dagegen irgendwas unternehmen, können wir mit wissenschaftlichen Argumenten können wir da nicht kommen. Eine Frage, Herr Professor Gerlich, würde mich noch interessieren. Und zwar, warum spielt die Wissenschaft da eigentlich mit? Was hat die davon? Ich würde mich dagegen wehren, dass die Wissenschaft mitmacht. Das sind bestimmte Wissenschaftler. Die UNO hat das eingesetzt, dieses Gremium, was finden sollte, dass CO2 eine Klimaänderung bewirkt und dass es von den Menschen ausgelöst ist. Und diesen Beweis haben sie versucht zu erbringen, indem eigentlich nur fachfremde Leute da jetzt tätig waren und dann Wahrscheinlichkeiten von Wahrscheinlichkeiten ausgesagt haben, die man überhaupt nicht verifizieren kann. Und das ist letzten Endes völlig nicht wissenschaftlich, sondern politisch sind da diese Berichte erstanden vom IPCC. Wie ist denn das, wenn ich jetzt zum Beispiel Forschungsgelder beantrage für irgendein Forschungsvorhaben, ist es dann tatsächlich so, dass diese Gelder leichter fließen, wenn ich auf diese Klimadiskussion Bezug nehme? Ja, da haben Sie mir die Aussage vorweggenommen. Das ist genau der Grund. Und da hat auch ein Kollege, er hat gesagt, wenn er da irgendwelche Eichhörnchen untersuchen will, dann hat er Schwierigkeiten, den Forschungsantrag zu begründen. Aber wenn er reinstrebt, dass das klimarelevant ist, dann spudelt das Geld sofort. Das war Herr Professor Gerhard Gerlich von der Technischen Universität Braunschweig. Herzlichen Dank, Herr Professor Gerlich und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Wissnerzki. Untertitelung des ZDF,